Eine goldene Paillette ist eine winzige Scheibe aus vergoldetem Metall, von einem Loch durchbohrt. Dünn und leicht vermag sie auf dem Wasser zu schwimmen. Manchmal bleiben eine oder zwei in den Locken eines Akrobaten hängen. Die Liebe, ob schon hoffnungslos, so doch voller Zärtlichkeit, die du deinem Seil entgegenbringen musst, wird ebenso viel Kraft haben wie das Eisenseil, das dich trägt. Ich kenne die Dinge, ihre Tücke, ihre Grausamkeit und auch ihre Dankbarkeit. Das Seil war tot oder, wenn du willst, stumm, blind. Du erscheinst, es wird lebendig, es spricht. Jeden Morgen, bevor du dein Training beginnst, geh, wenn es aufgespannt ist und zittert, und gib ihm einen Kuss. Jesus, bitte es, dich zu tragen und dir Eleganz und fiebernde Erregung zu gewähren. Am Ende jeder Vorstellung grüße es und danke ihm. Und nachts, während es zusammengerollt in seinem Kasten ruht, besuche und liebkose es und lege sanft deine Wange an seine.